Dass sich die Erde um die Sonne dreht, das ist soweit klar, aber so recht vorstellen, was am Himmel genau vor sich geht, das fällt uns trotzdem ganz schön schwer, oder? Zum Glück klippt es Planetarien, da kann man Himmelskörpern dabei zusehen, wie sie ihre Bahnen ziehen. Seit 95 Jahren, Eröffnungsjahr war 1926, lockt auch das Jena-Sternentheater Besucher ins Dunkel. Als es eröffnet wurde, war es das zweite Planetarium auf der Welt und heute ist es das am längsten existierende. Ein MDR-Kulturstichtag jetzt von Hartmut Schade. Nie ist ein Anschauungsmittel geschaffen, das so instruktiv wie dieses wäre. Die Lobesworte von Elis Strömgren, Direktor der Kopenhagener Sternwarte, werden noch immer gern zitiert. Dabei sprach er sie schon Mitte der 20er Jahre. Es ist Schule, Theater, Film auf einmal. Ein Schulsaal unter dem Gewölbe des Himmels. Die Idee dafür hat Oskar von Miller schon 1913. Der Direktor des Deutschen Museums in München will den Sternenhimmel in sein Haus holen. Dabei war zunächst daran gedacht worden, die Fixsterne durch kleine Glühlämpchen darzustellen, die auf einer aus Blech hergestellten Kugelschale anzubringen wären. Zur Darstellung der Himmelsdrehung hätte die ganze Schale um eine, der Richtung der Erdachse entsprechende schräge Achse, gedreht werden müssen. Schreibt der Jena-Ingenieur Walter Bauersfeld, der Miller das Planetarium bauen soll. Doch dessen Idee ist viel zu kompliziert, findet Bauersfeld und stellt sie vom Kopf auf die Füße. Statt den Himmel, sprich die Kuppel, zu drehen, sollen die Sterne in einer Kugelschale ihre Bahnen ziehen. Bauersfeld cleverer Gedanke dahinter. Da die Projektionsfläche in ihrer glatten, halbkugeligen Form dem Beschauer keine Gelegenheit mehr gibt, Tiefenunterschiede wahrzunehmen, so fehlt bei verdunkeltem Raum dem Augenpaar der Maßstab für die Tiefe überhaupt. Man gelangt daher leicht zu der Illusion des unendlichen Raumes. Das erste Planetarium bauen die Jena für das Deutsche Museum, testen aber gleichzeitig auf dem Dach der Zeiss-Werke, ob solch ein Sternentheater tatsächlich Leute anlockt. Nie ist ein Anschauungsmittel geschaffen, das so erzaubernd gewirkt hätte. Nie eins, das im gleichen Grade wie dieses sich an alle wendet. 1926 bekommt Jena sein eigenes Planetarium. Noch im gleichen Jahr folgen Berlin, Leipzig und Dresden. Bald gibt es Zeiss-Planetarien auch in Wien, Stockholm, Mailand und Chicago. Die Menschen sind fasziniert davon, am helllichten Tage Sonne, Mond und Sterne zu sehen, in vier Minuten ein Jahr zu durchleben oder in die Geschichte der Sternbilder einzutaugen. Hier thront Andromeda, die wunderschöne Königstochter. Der Planetarienbau wird für Carl Zeiss ein wichtiges Geschäftsfeld. Errichtet werden kleine Planetarien für den Schulunterricht, ebenso wie technisch Perfekte, die weit mehr als Planetenbahnen zeigen. Die Ergebnisse der jüngsten Kosmosforschung sind in einer solchen Form berücksichtigt worden, dass man von der Erde zum Mond fliegen kann und vom Mond die Erde und den Sternenhimmel hinter der Erde betrachten kann. Erzählt Klaus Mütze 1979, als der VEB Carl Zeiss Jena in Paris ein neues Planetarium einrichtet. Heute sind nicht allein Sterne, Kometen und Planeten im Jena-Planetarium zu bewundern, sondern auch ganz irdische Stars. Space-Rock-Shows oder Queen's Heaven haben regelrechte Fanclubs. Doch die echten Sterne sind noch immer die wahren Stars aller Planetarien-Shows.